Das Atelier Frankfurt ist eines der größten Atelierhäuser in Europa und es möchte jetzt endlich anfangen, sein internationales Ausstellungsprogramm zu beginnen. Dafür braucht es aber einen finanziellen Push. Und ich bitte alle, sich an dieser Kampagne zu beteiligen und das Atelier Frankfurt zu unterstützen, damit an diesem kreativen Ort einfach mehr internationaler Austausch entstehen kann, mehr Künstler reinkommen, auch mehr Künstler aus der Stadt hinausgehen können und dadurch die Stadt eben für die junge Kunst immer noch attraktiver wird.